Nasim, 2-2 gegen Mainz 2. Du warst, glaube ich, gerade drei Minuten auf dem Feld und schießt den Ausgleich bei deinem Pflichtspiel-Debüt für die Lila-Weißen. Beschreiben wir kurz deine Gefühlslage. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl. Ich habe die letzten Wochen sehr hart gearbeitet. Ich bin auch sehr dankbar, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat und ich hoffe, ich konnte dem Trainer das auch ein Stück weit zurückzahlen. Zu Beginn der Partie hatten wir überhaupt keinen Zugriff, aber ich denke, die zweite Halbzeit waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Spricht es auch für die mentale Stärke der Mannschaft, nach zweimaligem Rückstand so wieder zurückzukommen? Auf jeden Fall. Ich denke, wir sind ein Team. Wir haben eine sehr starke Moral bewiesen heute auch und ich denke, wir kommen auch sehr gut außerhalb des Platzes miteinander aus. Es hat uns heute auch ein bisschen, glaube ich, geholfen, dass wir als Team in Zeitendurchgang zurückgekommen sind.